Hallo liebe Leser von 1200 Grad. Wir sind in Nürnberg bei der Firma Akemi. Neben mir steht Dr. Dirk Hamann, Geschäftsführer und zuständig für Marketing und Vertrieb. Herr Hamann, Sie sind ein in der Natursteinbranche schon sehr bekanntes Unternehmen, auch mit einer langen Tradition. Vielleicht können Sie in zwei, drei Sätzen unseren Lesern mal erläutern, was sie da für eine Kompetenz im Natursteinbereich haben. Also Akemi ist bekannt im Bereich des Zwei-Komponenten-Klebens. Der Herr Hönsch, der frühere Inhaber dieser Firma, hat die Zwei-Komponenten-Kleber für den Naturstein quasi erfunden und wir sind insbesondere bei Natursteinmetzen und bei Fliesenlegern sehr bekannt. Auf die letzte Zielgruppe, sprich die Fliesenleger, wollen Sie sich ein bisschen stärker auch in Zukunft noch konzentrieren? Haben Sie auch eigene Produkte für? Was ist da Ihre Strategie und welche Produkte bieten Sie dieser Zielgruppe? Also wir haben seit Jahren oder Jahrzehnten Dichtstoffe im Programm, Silikone, Sanitärsilikon, Bausilikon und Naturstein-Silikon und wir haben ein sehr weites Sortiment an Pflegeprodukten, also Reinigungsprodukte, Imprägnierungen und Pflegeprodukte behindert sind. Sie sind ja auch sehr international ausgerichtet, also auch in Märkten vertreten, wo das Thema Naturstein traditionell in höheren Stellenwert besitzt. Können Sie uns noch mal kurz sagen, was Sie da im Export machen? Also wir haben in Indien, in China, in den USA und in Brasilien Zweitwerke, wo wir für den lokalen Markt produzieren. Wir exportieren auch weiterhin Produkte von Deutschland aus, reimportieren aber keine Produkte von diesen Märkten, sondern es sind vor allem logistische Gründe, dass wir das richtige Produkt vor Ort haben, um den lokalen Markt zu bedienen. Sie werden ja auch inzwischen von zahlreichen renommierten Herstellern aus dem Fliesen- und Keramikbereich empfohlen Ihren Produkten. Ja und zwar arbeiten wir mit vielen Herstellern schon in der Entwicklung unserer Produkte zusammen. Gerade wenn es jetzt um die großformatigen Fliesen geht, werden ja die Gärungen mit zwei Komponentenklebern von uns behandelt und da kommen die großen Hersteller, ob das Marazzi oder Decton, also Cosentino und andere sind auf uns zu, damit wir da gemeinsam die richtigen Produkte perfekt auf die einzelnen Beläge dann einstellen können. Wie heißen die Produkte, die Sie dafür anbieten oder welche Lösungen haben Sie da? Das sind farbige Klebstoffe, die eben perfekt zu den einzelnen Substraten, zu den einzelnen großflächigen Formaten passen. Das ist einmal das Produkt Colorbond, das ist ein Zwei-Komponenten-Klebstoff aus der Kartusche auf Basis Epoxy-Aquilat. Und jetzt haben wir noch eine weitere Produktlinie, die heißt Everclear, die kommt ebenfalls aus der Zwei-Komponenten-Kartusche. Thema Service wird ja bei Ihnen sehr groß geschrieben, weil die Produkte selber sehr beratungsintensiv sind und auch einen Aufwand erfordern in der Verarbeitung. Sie haben ja vorhin sehr interessante Sachen gezeigt, so eine App-Anwendung und auch eine Anwendung auf Ihrer Homepage. Was bieten Sie da den User? Also für uns ist es sehr wichtig, unsere Produkte können nur so gut sein, wie sie angewendet werden. Deswegen haben wir eine Anwendungstechnik, die gerne bei den Kunden vorbeischaut und vor Ort berät, aber natürlich auch telefonisch oder jetzt per Videokonferenz. Vor Ort bringt es natürlich den Vorteil, dass man die Gegebenheiten sieht und da schulen wir sehr, sehr gerne, damit die Produkte perfekt zum Einsatz kommen. Okay, vielen Dank.